Aufschlag Michael Erber in Satz 4 in die Daniel Rinderer FC Bayern München. Bei den liefern sich hier schon seit vielen Minuten ein heißes Duell absolut auf Augenhöhe. Jetzt läuft es mal etwas einseitig zu dunsten von Erber, das kann sich sehr schnell drehen. Aber ansonsten, die meisten Sätze Verlängerung 16, 14 etc. Zudröme. Go! Na, drei. Die Halls-Agencies-Dain-Messler-Tonierer-Kloss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.